Now it's time to play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Wir haben an dieser Stelle hier letztens aufgehört und sind jetzt auf dem Weg zum 5K-Treffen Wenn du im Kampf Gesundheit verlierst, bleibst du ja auch im nächsten Kampf verringert Du kannst Gesundheit regenerieren, indem du bei Ichiruka-Nudeln isst oder indem du Regenerations-Item aus dem Itemladen nutzt Mentors stellen deine Gesundheit auch wieder her So, 5K-Treffen ist hier unterwegs, hier haben wir einmal das Speicher-Symbol, aber es wurde ja gemacht Und ja, der Rei Kage Ich frage mich, ob der Rei Kage ihn überhaupt anhören wird Das denkt sich der gute Kakashi Ich werde, ja, aber das können wir uns ja so durchlesen Wir werden auf jeden Fall alles tun, um Sasuke zurückzuholen, das ist ja schon immer Narodos Plan gewesen Oh, so Die Grafik hat sich auf jeden Fall verbessert zur Xbox-Version von damals Also man merkt schon, dass hier was Neues Okay Was ist das? Was ist das? Sasuke... Uchika Sasuke hat sich mit dem Motivation, was ich nicht gut zu tun? Was ist das? Ich verstehe, aber ich habe nur so gemacht. Sasuke ist ein Freund. Ich habe keine Angst, dass ich mich zuerst verletzen würde. Ich habe keine Angst, dass Sasuke und Konoa nicht zu tun. Ich würde auch nicht mit ihnen die Freunde zurückkommen. Ich würde auch nicht mit ihnen zurückkommen. Ich würde nicht mehr zurückkommen, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Ich würde nicht sagen, dass ich mich nicht wünsche. Was ich wünsche, denn ich habe nicht versucht, warum ich den Satsuki? Ich habe ihn als ein großer Schmutz für die Welt geholfen. Ich habe ihn als ein Konflikt zu gewinnen. Sie wollen jetzt als erhebliche Angriff auf der Welt fließ. Ich habe ihn als Erste von Sasuke geblieben. Ich habe ihn nicht damit, was ich für die Welt geholfen. Es ist nur ein Problem, was ich. Ich habe keine Ahnung, was ich zu retten. Sasuke... Ich habe keine Ahnung. Naruto! Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sie ist für mich ein sehr wichtiges. Ich bin ein Mensch. Welche Art ist ein Mensch. Du bist so sehr, was du. Ich möchte nicht sagen, wie ich sage. Aber ich kann dir sagen, Sasuke, was zu sagen! Ich weiß, dass ich keine Verpflichtung mehr in diesem Welt. Ich kann mich nicht vorstellen, dass mir das unbekommen ist. Ich kann das Bedeutung nicht um Gottes zu wissen. Das ist mir, Sasuke. Du hast dich! Ja, ein kleiner Kampf steht bevor und wir kämpfen so, wir müssen uns da nicht heilen, vollkommen in Ordnung, alles klar, das wird interessant, gegen den Raikage, wird natürlich kein Kampf bis zum Ende, konstant über 40% die Gesundheit halten, aber das sollten wir hinkriegen, erstmal durch die Shuriken durch, Chakra Dash Kombo, das hätte er gern, wir machen erstmal die Kombo nach unten, laden mal komplett auf, Fuma Shuriken into Rasen Shuriken, ich liebe das Fuma Shuriken, seit Folge 9 des Animes, easy, und jetzt können wir mit dem ultimativen New zu finishen, was macht der noch, also irgendwas einfach, eiskalt, nochmal, ansonsten müssen wir es jetzt in eine Kombo unterbringen oder als Reversal, was aber auch kein Problem ist, wir können noch ein bisschen hier ärgern, komm schon, ja, Counter-Hit. Sollte eigentlich S gewesen sein, also viel mehr hätte ich nicht machen können, 1,2 Shuriken hätte ich mehr blocken können, an sich war alles dabei, ultimatives Jutsu, wunderbar, ne? Hier, die Bonusaufgaben haben wir hier auch nochmal, also was man noch hätte machen können mit Throws, also Würfen hätte man noch mehr machen können, Friedlichkeitswahl, der Raikage Level 3, okay, hab ich jetzt nichts von gesehen, aber es ist nicht schlimm, ähm, ja, Naruto, immer noch ein klasse Spiel, ich will jetzt noch bald den Multiplayer-Modus einbringen, aber ihr wisst ja, bei mir laufen momentan sehr viele Projekte, das heißt, ich muss irgendwie jetzt mal schaffen, einige abzuschließen, damit ich mehr bringen kann, haha. Also, die 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 Das ist nicht so, was ich. Das ist so, was ich. Daikage-Sama, ich habe ein paar Beleidungen. Das ist meine Schuld. Ich kann auch keine Beleidung für mich. Ich habe keine Gefühle für mich. Ich werde es nicht so gut für mich. Das ist eine große Herausforderung für Lai Kage. Ich kann es nicht sagen. Ich danke dir. Ich danke dir. Was ist das? Was ist das? Nein, ich glaube, dass ich das vorhin mache. Ich glaube, ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig. Es ist ein Problem. Ja, ich weiß, was ich verstehe, aber... Herr, wie geht es jetzt? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es nicht verletze, dass ich es nicht verletze, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich? Das war's für heute. Ich habe einen 4-jährigen, der mir erzählt. Das ist das, was du, was du. Der 4-jährige, der Nami-Kaze-Minato? Madara, du hast du schon lange, dass du mit dem ersten Hohka-Gehler wurde. Das ist das, was du. Ich bin jetzt hier. Was ist das? Was ist das Madara für Naruto? Was ist das für mich? Du denkst, dass du dich nur mit einem Gehirn verletzen kannst? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht so fühle. Aber ich habe nur mit dem Huzumaki-Naruto gesprochen. Was ist das? Was ist das, was du mit dem Huzumaki-Naruto verletzten? Naruto, du hast du dich interessiert. Das ist doch egal. Ich sage dir, Sasuke! Ich weiß nicht, was du jetzt in der Zeit gekommen bist. Sasuke... Ich weiß nicht, dass er jetzt in der Zeit gekommen ist. Was hast du Sasuke gebetet? Okay. Oh Gott! So, nächste Runde gegen Madara, in Anführungsstrichen. So, also, Madara, so muss ich dich ja nennen. Steht ja hier. Ich habe zwei Assists, Kakashi und Minato. Hilfsangriff hier mal benutzen, das heißt, ich muss hier auch rufen. Das ist eben eine Aufgabe. Deswegen rufen wir einmal direkt beide. Das ist nämlich ganz geil, wenn man ausweicht, weil der eine Angriff das unglaublich lahm ist, der von Minato. Ja, immer so teleporten. Egal, ich mach erstmal. Komm schon. Oh, in den Rücken. Ah, der war geil. Ah, dieser Dash ist so schnell. Ich gucke, ob ich die Team-Super hinbekomme. Das wäre auch mal schön zu sehen. Kann ich euch mal zeigen, indem ich euch die ganze Zeit... Ja, jetzt habe ich sie. Jetzt könnte ich die Team-Super gleich machen. Dauert aber noch ein bisschen. Dann muss ich den ganzen Balken für aufladen. Ich riskiere hier grad ein bisschen das Leben deswegen, aber kein Problem. das hier auf Range gehen. Ist gleich voll. Dann kann ich hier... Äh, diesmal nicht. Einmal noch. Jetzt kann ich die Team-Super machen. Ja. Sehr schön. Immer wieder schön anzusehen. Jetzt muss ich mich nur vor dem nächsten Kampf heilen. Das wird bestimmt auf jeden Fall kein S jetzt gewesen sein, weil ich mich habe gut vermöbeln lassen. Aber in dem Fall ist es immer okay, einfach mal direkt am Anfang alles zu zeigen, was so möglich ist. Ich hätte natürlich auch online machen können. Das wird nicht so gut. Ach doch, zählt immer noch für S. Sogar noch mit Team gibt es noch mal 1500 Punkte extra. Hat wahrscheinlich das Ganze nochmal rausgerissen. Legendenpunkte kurz vorm Level-Up, sozusagen. Tobi jetzt als Charakter verfügbar. Geheimtechniker verfallen. In der Geheimtechnik verfallen. Und Unterstützer. Heilschen da. Ein paar Titel bekommen. Das waren auf jeden Fall zwei sehr schöne Kämpfe. Nächstes Mal, dass ich mich auf jeden Fall nicht so gut treffe. Ich hätte jetzt kennengesehen, welchen Schwierigkeitsgrad Tobi gehabt hat. Ach, Tobi, wie sag ich immer. Das ist aber auch... Ist egal jetzt. Madara. Ja. Ich weiß nicht, dass du die Wahrheit von Itachi-Hubert hast. Du bist die Wahrheit von Itachi-Hubert? Ich hab dich gefragt. Ich weiß nicht, dass ich diese Wahrheit von Itachi-Hubert habe. Ich weiß nicht, dass ich diese Wahrheit von Itachi-Hubert habe. Ich weiß nicht, dass ich sie mir nicht mehr überlebt. Das 5K getreffen Feliwe 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 Ich bin wieder, Leikage. Ich bin ein wenig, Herr Kahn. Ich bin ein wenig, Herr Kahn. Du sagst dich, Herr Kahn. Du bist der größte Schmerz. Was ist das? Konoha, Iwa, Suna, Kiri. Du bist der Stadt der Kahn. Du bist 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 der Kahn. Ich bin م Wenn sie sich in den Händen schlussendern, dann werfen sie? Das ist ein Grund, der Risiko zu vermeiden. Sie waren die Schleuch-Geräu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu. Sie haben die Geld für die Schleuch-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu. Sie haben die große Ergebnis, die du sieben. Sie sind universel, Herr Häu-Häu-Häu-Häu. Was ist die Wälder, Herr Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu? Ich bin sehr ehrlich. Sie wurden nach zwei Jahren der Vähigen, dass er keine Bibliotheien oder andere Unterstellen Maintenancein war. Du sometimes hast du schon Angst vor, bevor man um die Schleuch-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu, und deshalb, dass er die Schleuch-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu-Häu. Es ist, dass du schon mal einen versteckigen Tag-Arbeit hast du schon. Ich möchte euch ein paar Mal erzählen. Ich möchte euch allen erzählen. Was? Der Redner der Redner ist, wahrscheinlich, Uchiha Madara. Was? Ich weiß nicht, aber es ist eine gute Information. Der Mann hat nur gesagt, dass er das Volk-Bereich war. Aber es ist ein Volk-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Ich habe gesagt, dass er das Volk-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Ich frage mich nie bisher als Er 모습. Ich muss wissen, wie schätzt class Emm dass ich einige Schönefe im League-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich für dieOOM-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Was diesmal? È das oder so, ob es kaschbed instance zu werden. Ich auch nicht. Aber die Frage ist, wer der Krieg in die Reichweite ist? Es wird nur ein Problem sein. Soll ich, ich möchte, dass ich den Krieg aus dem Krieg hervorheb. Wenn man die Krieg aus dem Krieg aus dem Krieg aus dem Krieg aus dem Krieg ist, Damit du bei der Ruf des Geistes hast, dass du mit der Ruf des Geistes abonniert hast. Was ist das? Ich bin ein Verzugs, das ist schon auch so. Ich bin ein Verzugs, das ist ein Verzugs! Das ist das... Dasselbe... Das ist nicht verletz. Das ist ein Verzugs, das ist das, was wir uns für einen Verzugs. Die Begrünung wurde der Fall für Sasuke und die Konoa. Was ist das? Wenn man das ist, Sasuke wissen, warum er die Konoa zurückgekehrt hat? Ich weiß nicht, dass Sasuke von Sasuke erinnert, aber es ist so ein Unterschied. Er ist ein Kind. Er ist ein Kind. Er ist ein Kind. Er ist ein Kind. Er ist nicht so, was er? Warum? 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 Das ist nicht so. Das ist der Wuchhabe von der Unschwambeamilung. Er ist eine große Erkrankung von einem Körner von der Körner ausgewert. Das ist ein Schmerz. Schmerz? Das ist ein Schmerz? Da... Der Mann hat einen Mann gebeten, der Mann gebeten. Der Mann hat einen Mann gebeten, und er hat einen Krieg. Die Zeit wird verletzt, aber die beiden Schäden werden noch immer noch gebeten. Der Mann ist dann der Mann, als Uchha. Der Mann ist dann der Mann, als Sennzü. Ich weiß nicht, was ich hier in der ersten Hohka-Geläge ist, was ich hier in der ersten Hohka-Geläge. Das war's für heute. Es ist ein Geheimnis. Du wirst du mit Sasuke kämpfen? Nein. Ich werde Sasuke kämpfen. Ich werde das Leben langweilig überwarten. Ich werde das Leben für Sasuke bezeichnen. Sasuke ist nicht dein Geheimnis! Ich sage dir nichts! Wenn du das nicht bezeichnen hast, dann wirst du das Geheimnis? Was ist das, was du? Was ist das, was du willst? Ja, genau. Wenn du sagen willst, dann wird es komplett. Was ist das, was du? Wenn du mit dir sprechen möchtest, hast du keinen Sinn für dich. Du bist mit deinem Gespräch. Du bist mit deinem Gespräch. Dann geht's. Ja, Madaras Plan. So, und ob das Ganze wirklich so stimmt, das sind wir im nächsten Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, Leute, bis dahin und tschüss.